Wie gemein, anstatt Zeit mit seiner Ehefrau Scharlene zu verbringen, ist Fürst Albert lieber mit anderen Menschen unterwegs. Über die Ehe von Fürstin Scharlene und Fürst Albert II. wird immer wieder spekuliert. Immerhin waren die beiden Monate lang voneinander getrennt und mussten eine sehr schwierige Phase durchstehen. Eine schreckliche Belastungsprobe für ihre Liebe, und auch bei gemeinsamen Auftritten, die mittlerweile eine Seltenheit geworden sind, wirkt Scharlene ernst und unglücklich. Steht ihre Ehe etwa unter keinem guten Stern? Albert verreist ohne Scharlene. Anstatt mehr Zeit mit seiner Ehefrau zu verbringen, ist Albert ohne sie nach London gereist, um sich in Wimbledon das Tennisturnier anzusehen. An seiner Seite, Melanie Antoinette Costello de Massy, die Tochter seiner verstorbenen Cousine Elisabeth Anne de Massy. Die 38-jährige Begleitung des Fürsten ist die Präsidentin des monegassischen Tennisverbandes. Ein heftiger Schlag für Scharlene, die nach den Strapazen der letzten Monate gerne mehr Zeit mit ihrem Liebsten verbringen würde. Doch der scheint an gemeinsamen Aktivitäten derzeit einfach kein Interesse mehr zu haben.